Guten Morgen ihr Lieben. So, heute startet bei uns Tag 3 des Urlaubes und wir sind etwas gerätet. Die Nacht war sehr kurz, wir haben aber sehr gut geschlafen. Und jetzt hatten wir eigentlich, bevor erst mal zu frühstücken, wieder im Hotel. Und dann geht es nochmal zu den Asiamärkten, nach Tschechien rüber. Genau, und zur Abkühlung heute dann an Fichtelsee. Okay, jo, dann abends Abendessen und dann gibt es noch einen Mädelsabend, bis tief in die Nacht rein. Die Kim ist gerade noch ein bisschen verschlafen und die Chiara zieht sich schon an, weil eigentlich wollten wir in 10 Minuten los. Mal gucken, ob das was wird. Genau, soviel erstmal zu uns und dann melden wir uns später wieder. Bis zum nächsten Mal. So, wir sind jetzt wieder aus Tschechien zu Hause im Hotel und ruhen uns kurz aus. Und dann packen wir die Sachen zusammen und fahren gleich wieder los an den See zum Abkühlen. Es ist heute richtig schön. Moment. Genau, das Wetter macht wunderbar mit. Es hat zwar nur 26 Grad, verhältnismäßig wenig, aber zum Schwimmen reicht es auf jeden Fall. Ein bisschen Planschen und so. Genau. Moment, ich nehme euch kurz mit rein. Die Mädels machen gerade auch ein bisschen Pause und entspannen sich kurz, dass es ja doch gleich auch wieder weitergeht. Genau, wir sehen uns am See wieder. So, wir haben fertig gepackt und jetzt geht es dann zum See. Luftmatze und Klinge sind auch dabei. So, hier kann man auch noch mal das Hotel sehen. Und jetzt wird eingepackt. Bis später. So, wir sind jetzt am See angekommen. Ja, da ist auch gut drauf. So, und dann gucken wir mal. Wir wollen heute eigentlich auch noch Tretboot fahren ein bisschen und von dort aus dann ins Wasser springen. Mal schauen, was die hier so verlangen. Aber jetzt gehen wir erst mal was essen. Mal schauen, was die hier so verlangen. 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 Im Hotel. Ja, der Fichtelsee war mal wieder echt schön. Allerdings war es heute, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, schon ein bisschen kühler. Dementsprechend... Hi Kim! Hi! Sind wir jetzt auch nicht so ewig lang geblieben. Jetzt sollten wir eigentlich gerade ins Hotel zum Essen, zum Abendessen. Aber... Ruhetag! Ziemlich bescheiden. Dementsprechend haben wir jetzt ganz frech einfach beim Pizza Express bestellt und warten mal, wann das Essen dann heute noch ankommt. Falls es noch ankommt. Genau. Und dann machen wir jetzt noch mehr das Abend mit Spielen. Und dann war es das auch schon für heute. Und wir werden relativ tot ins Bett fallen. So, wir wünschen euch eine angenehme Nachtruhe. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und dann bis morgen. Tschüss!